Interessant. Ich glaube, ich hab's verstanden. Toll! Jetzt können Sie es in echt ausprobieren. Wir arbeiten daran, dass die Pflanze auch bei Trockenheit wächst. Bei den patentierten GVO-Samen der Konzerne geht es um Profit. Dafür stehen Sie zu Recht in der Kritik. Unsere sind Open Source. Es geht um Nachhaltigkeit. Echt schlau! Okay, wenn ich diese Eigenschaften kombiniere... Wir stoppen den Hunger auf der Welt. Gute Arbeit, hören Sie. Auch wenn Sie nicht offiziell im Dienst sind, könnten Sie sich ein Gen für mich ansehen? Es ist eine Pflanze, die speziell für städtische Gärten geeignet ist. Natürlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gute Arbeit, Peter. Mit dieser Technologie ist der Welthunger im Jahr 2035 Geschichte. Wow, ich kenne ein Dach, das Sie für einen Praxistest nutzen könnten. Interesse? Oh, ganz sicher. Harry hatte recht. Sie werden uns sehr nützlich sein. Danke, Dr. Forster. Und wohin jetzt? Zum letzten Stau.